Chemie-Garten wird schon bald in voller Pracht erstrahlen. Immer gerne. Oh, das Damage. Sehr schön. Sehr gut. Noch mal auf zum Thronsaal. Na, 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 Kaju. Das musste jetzt sein, sorry. Wir werden auf jeden Fall keinen Spaß auf der Insel haben, das garantiere ich euch. Ja, mein Gebieter? Selbstverständlich. Sehr gut. Bis später. Ja, mein Gebieter. Hier übrigens. Das ist er. Schon bald wird er der großartigste Garten von Rivellon sein. Selbstverständlich. Sehr gut. Bis später. Es wird dunkel in meinem Zimmer. Ich mag das nicht. Da haben wir das gesagt, geht nämlich auch so. Aua, mein See. Die Lebensregeneration ist herrlich. Sieht schon derbe imposant aus, ja. Ich wollte gerade sagen, Moment mal. Da gibt's doch bestimmt Ballisten, da ist mir so Tome hinten aufgefallen. Ne, ne, ne. So geht das jetzt hier schon wieder nicht. Das ist kein Empfang. 2,5 Maler. Das war gut. Die XP eigentlich. Ich hab' das eigentlich so gut wie nichts machen, die Viecher. der pisser da oben da ist auch da hinten Ja, das ist eine Angebrache Barriere. Das ist leider etwas zu schlau für mein Geschmack. Ich glaube, das ist eine Waffe, die wir hier ab mitinen sind. Ich glaube, die wir noch nie vergessen. Ich glaube, die wir hier in der Welt gehen. Ich bin ganz klar. Ich bin sehr klar, dass ich hier eigentlich ein Angebrache habe. Die habe ich hier in der Welt verflogen. Ich komme nicht mehr, dass ich hier in der Welt hab. Ich bin gerade am überlegen, ob ich das Spiel das nächste Mal, wenn ich dabei bin. Also, ob ich es einfach in der nächsten Aufnahmestation komplett durchzocken soll. Mit dem Gedanken spiele ich gerade. So. Nee, Facebook, ich kann jetzt nicht. Schon so seine Gründe, ne? Der Polymorph, du Sau. Ich denke mir haben wir überhaupt keine XP. Ach, du Kacke. Na, das sieht ja wieder nach einiger Menge Spaß aus. Ich würde zumindest mal eine anfangen, ne? Oh nein! Erwache, mein Tierchen! Ich wurde verkifft. Oh! Oh! Das muss der gerade. Ach ja, Potts haben wir ja keine gekriegt. Oh, fertig, kein Buch. Äh... Ich habe kein Essen mehr. Was ist denn das hier? Ganz eindeutig, du. Wie viel Spaß ist denn das hier? Ich kann ruhig mal wieder eine Leitung brauchen. Aua! Ich muss ein Heilmittel finden. Dieses Gift bringt mich um! Oh, du Kuhn! Was tut's denn meine Tranes? So, ja. Lächerli. Die geben wir mal weniger als gar nichts. Oh! weißt du so stell ich mir die kämpfe vor wie mit denen die machen jetzt zu schaden ist aber die machen nicht so was ist mich hier mit dreifel dieser partie neu zu finden ist doch an gehen zu kämpfen das ist auch schon so viele werden jetzt hier im computer und bitte weil sie zu was das sich lebensfreundlich so raus kommen und wir können mal nach ja 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 sagt mit sich den Krieger Rutsch saufz ich bin nur in den Kreatur gerade gestorben wie es aussieht das war es erst mal Kartoffeln ich will gar nicht wissen wo diese fliegenden Inseln sind wenn ich mir das Land so anschaue und einfach um euch noch mal hart auf den Nerv zu gehen hab ich mir überlegt dass ich einfach noch mal so mache noch mal in den Thronsaal gehe und mir weiß dass da noch mal Pots hole weil es dann wirklich so gut wie unendlich wie Kohle hat äh kurz nicht Kohle also unendlich wie Potsdamer hat ich glaube dann werde ich das Spiel jetzt ein bisschen aufnehmen die eine Insel machen und es vielleicht das nächste Mal schon in einem Satz fertig spielen klingt gut klingt gut würde ich sagen ja mein Gebieter ich glaube es aber irgendwie nicht dass ich es tun werde oh Mann gib mir das Mana Pot gib mir mehr of it kaufen wir uns mal ja ich gebe gerade Geld aus und zwar ordentlich bis später wir haben Notfalls ja noch ein bisschen was zu verkaufen so enorm ultimativ ja not bad not bad not bad mal schnell gucken ob mein Heinz es jetzt mal bis jetzt schon wieder zurück geschafft hat oder ob er jetzt wieder verwundet ist ja nein ich bin um ich bin verarscht du mich gerade es ist halt halt doch die Klappe du unfähiges nichts du unfähiger nichts nutze äh seid so gnädig und sagt solche Amateure wette genau so gut wie erledigt jo diesmal stimmt ich dir mit dem solche Amateure aber auf mal maßlos zu furchtbar und jetzt gehe sofort und bringen wir drachen dort wie kommt das nächste mal nicht mit was gescheitert zurück ich krieg sogar ein auto speichern geschenkt ich habe keine so schlechten werte mit 1 und 5 40 prozent ganz dezent jetzt ich habe einen trank vertragen wer der fang woher ist denn meine potion jetzt hin die ich gerade benutzt habe höre ich da gerade schon wieder ein heiler durch die gegend höre ich das gerade da schon wieder höre ich es ein paar macht doch noch mehr der mensch kinder ist ihr seid schlimm ehrlich du kümmern das ist für mich das wird sich mit dem tipp ja ausweichen ist so hilflich ja schön ich kann aber nicht ausweichen mitten im kampf Noch nicht. Nur mal so, ich würde ja gerne öfters ausweichen, aber du kannst in deinen Angriffen drin nicht ausweichen. Das geht einfach nicht. Ich bin schwer verletzt. Ja, da könnte ich vielleicht mal rauskommen. Hier, hier, um eine Chance. Hätten wir... hier... Das war's dann wohl mit der Zauberei. Äh, das war's mit der Zauberei. Kein Ding. Ah, alter. Der heilt sich in meiner Schlag-Kombo einfach hoch. Das war einfach. Ein weiterer Gegenstand für meine Sammlung. Gib mir ein paar Mana, bitte. Ich brauche Mana für meine Charge. Ich kann nicht. Oh ja, dein... deine Mutter! Wow. Ganz gut abgesichert, die Festung. Muss ja schon mal hier eingestehen. Das war's dann wohl mit der Zauberei. Brenn, du Kack-Ding. Du killst mich jetzt schon nicht? So. Das war ja jetzt noch vertretbar. Irgendwo. Finde ich zumindest. Und nicht gemein, würde ich sagen, ich hoffe, es backt genauso rum, wie im damaligen Spiel, dass die Geld, dass sich nicht bewegt haben, von viele von denen. Da standen teils wirklich so komplette Festungen nur rum und haben nichts getan. War nicht grad die Spannung, aber lustig war's. Ich meine, ich hätte immerhin einen schönen Vorteil dadurch, ne? Guck mal noch mal vor Uhr. Guck mal noch mal vor Uhr. 21.15. Ich will hier sagen, mach ich jetzt hier einen Cut. Danke fürs Zuschauen. Und du gehst jetzt mal da unten lang. Ja. Guter Plan, wie ich sag. Ja, dann speichere ich nochmal. Speichern. Neuer Spielstand. Shyvana Stufe 32. Oh, noch nicht. Na gut. Vielen Dank fürs Zuschauen. Ich bedanke mich dafür. Und bis zum nächsten Mal. Tschüss.